Und wo führt mich der Weg hin? Hey, zu einer Treppe! Ach, ist das wieder so ein gespiegelter Raum? Du, Spieglein, Spieglein! All Night! Moment mal, auf der letzten Ebene, auf einer der letzten Ebenen, vor dem Bosskampf gegen... ...Albert? Ich glaube es ist ja diese Schwarze Rütter. Was wäre ziemlich merkwürdig, wenn es hier der König von Aurella auch noch geben würde als Gegner. Mal davon abgesehen, dass wir den noch nie gesehen haben, oder bekämpft, oder, ne? Na, oder Romy könnte auch auf uns warten. Auf der 25. Ebene als Zwischenboss. Romy, 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 das kleine Romy-Stückchen! Ich sehe eine Kiste! Kann ich die haben? Kann ich die haben? Ja, 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 ja! Ich muss von der anderen Seite kommen, wenn ich die Kiste will. Stundenglas! Oh, ich könnte auch hier, aber... Der Weg führt mich wahrscheinlich eh nur zur Treppe. Das heißt hier nur, Treppen sind toll! So sollen sie rollen! Einfach, wenn die Rolltreppen hochlaufen, werden sie selber auch hochgefährt. Das geht immer noch am schnellsten. Nase juckt! Oh weh, Chickens Nase juckt! Ja, Great Goblin! Spüre meinen Zorn! Versteidere aufgrund einer juckenden Nase! Extreme Cimbrel! Extreme! Hier wird alles extreme! Hab ich doch gesagt, da ist die Treppe! Warum glaubt ihr mir nicht? Meine Glücksstrennung ist vorbei, dass ich zuerst die Sackgassen abgehe, wie es eigentlich hätte sein sollen in meinen RPGs. Ruhh! Ey, Tierk ist wieder am Arsch! Robbia, heim mal! Er ist doch dein geliebter Bruder! Wow, ich bin aber auch jetzt am Arsch! Eigentlich konntet ihr jetzt Eiskaltiden-Biest-Transformation gehen, aber sowas. Den kriegen wir auch so kaputt. Los Tilkes, wir beide sind zwar auch fast kaputt im Arsch. Okay, wir beide sind nicht kaputt im Arsch. Aber interessant, dass Rubia zuerst Chaos geheilt hat. Tilkes. Generell hat sie überhaupt nicht Tilkes geheilt. Uhuhuhuhu. Na, bis in die Ehr? So, Ehr, die haben wir doch abgeschafft. Na, Tschinni. Äh, da ich hier schon lang gelaufen bin? Nein. Achso, nein. Bye, bye. Bye, bye. Will ich auch hier andere Kiste haben. Es ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Ah, Mr. Griffin. Vielleicht wäre es doch keine so schlechte Idee, mir ein Krona-Symbol in die Hand zu drücken. Dann paralysiere ich wenigstens nicht und kann mit meinen Kombos weitermachen. Dann müsste ich aber das ablegen, dass sich manchmal bei mir der magische Schaden neutralisiert wird. Aber ich glaube, es ist gerade zweitrangig, wenn ich hier so oft wie ich paralysieren werde. Also, ich kann nicht mal mehr richtig sprechen. Ja, Aufnahme hat er vorhin erst angefangen. Na gut, ihr habt gewandelt. Die Jungen haben ja das Krona-Symbol auch bei mir. Leute wären nett, wenn ihr mal mithelfen könntet, ne? Aua. Aua. Ist es dann klug, dann den Recovery-Spot wegzumachen von Rubia und dafür eine andere Attacke rein? Wie viele Mondsteine ich hier kriege! Hm. Wenn ich einen mit Krona-Symbolen ausstatte. Top-Rate. Oder? Oder weniger Kosten. Für TP. Ach komm, scheiß auf die Items. Ganz ernsthaft! Ich drück jetzt einfach jeden ein Krona-Symbol rein und... Da kann ich halt keine Statusveränderungen mehr bekommen. Nie wieder! No statusveränderungen ever! Oder ja auch Statuskrankheiten oder wie man das ja auch nennt. Ja. Wie nennen die das? Status-Effekte. Okay. No status-effects ever! Ich glaube, so nennt ich die Folge. Muss ich nur dran denken. Ja. Dann kann Recover auch weg. Warte. Warte. Area werde ich ja vorsätzlich dann in den Bosskämpfen benutzen. Das heißt, du kannst einen anderen... ... noch haben. So. Area. Du bekommst etwas zum Wiederbeleben. Oh, was lohnt sich denn? Sollst du nochmal? Ah, brauchen wir ja nicht mehr. 65. 720. Da mach ich auf ne Resurrection. Obwohl das ne Menge TP. Ah, vielleicht geb ich dir dann im letzten Bosskampf. Revive. Was? Ach komm schon! Aber hey, da ich nicht mehr versteinert werden kann! Ich werde dich jetzt sowas von fertig machen, Kleiner! Sie mich umzingeln, die Ärsche! Ich kann da, äh, hier, der da nicht mal mit Tilke spielen. Nein, er muss mich von unten angreifen. Jetzt benutzt Rubia aber ziemlich viel Heal, ne? Ja, jetzt wo ich hier einen zweiten Angriffssauber gegeben habe. Ja, du kommst nur auf die Idee, den Eislazard zu benutzen. Na, wir probieren! Und Aria! Da müsstest du zur Kiste gehen. Oder, oder, oder? Ja? Sag mir, dass es da zur Kiste geht! Ich haben will. Ja, wie geht das? Nein, Kiste! Wieso treibt der Gegner mich davon? Ich will die Kiste! Geht weg! Kiste! Wieso bist du müde? Diamant! Wir haben 16 Uhr 16! Es ist nicht so, als wäre ich gerade aufgestanden! Ich bin schon seit ein paar Stunden mehr erwartet! Ich bin schon bei dieser Kiste neun! Das ist ja gar nicht so, als würde ich die Kiste dann buenas aufmachen! Ich bin schon in den Kiste. Ja, ich bin schon mit der Kiste. Ich bin schon bei der Kiste. Ja, ich bin schon bei dieser Kiste! Und ich bin schon bei dieser Kiste. Okay, das ist auch etwas. Du passt. Das ist mir egal. Scheiß drauf. Ganz ernsthaft. Oh, hallo Mr. Ritter. Wow, da sind wir einander geknallt. Ich glaube, Robia will euch kalt machen. Wunderbar. Aber Hauptsache, sie droppen nichts. Welche Quest? Sackgasse. Nein, wir kämpfen erst wieder auf der nächsten Ebene. Sorry. Weil hier war ich im Grunde schon. Hier war ich sogar schon. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal außenrum laufen. Ist das nicht schön? Ja, du hast recht, Chicken. Es ist nicht schön. Wow, 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 wow. Wow. Ach, komm schon. War nicht so gemein zu mir. Die Encounter-Rage rastet mal wie aus. Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage-Rage Untertitelung des ZDF, 2020